Hallo, ich bin Jan. Wenn wir in den Urlaub fahren, schauen wir uns am liebsten andere Städte an. Das klappt mit AIDA ganz wunderbar, denn man liegt praktisch jeden Tag an einer neuen Stadt an und erlebt spannende neue Orte. Das ist für uns genau das Richtige. Da kommen jeden Tag neue Eindrücke hinzu. Hier an Bord kann man sich vorher informieren, was man in einer Stadt alles machen kann. Inklusive toller Geheimtipps. Und das Coolste daran, man braucht seinen Koffer nie zu packen, denn das Hotel ist immer dabei. Mein Tipp für Städte-Fans, eine Metropolentour. Zum Beispiel Westeuropa. Da hat man Kultur, Geschichte, Architektur und natürlich viele tolle Menschen, die man kennenlernt. Viel Spaß!